Geht das nicht lauter? Hallo und herzlich willkommen hier bei Fiskana TTT, mit dabei LiquidDuck, GoodGamingLP, DaluK, Ciao, Ciao! Darf ich mich nicht alleine vorführen? Ey, was? Warum bin ich zwischen den beiden? Moin, Moin! Äh, der Bonaribo, Fisk und Nephias, Juli und Anne, und Kundran und Eisley. Habt ihr gemerkt? Die Damen kamen alle als letztes. Das ist aber nicht Gentleman. Mrs. Kundran. Mrs. Kundran. Mrs. Kundran. So! Das hier ist Nobby's Waffen, die sind alle schlafen, die Waffen. Das Master nimmt hier halt keine ab. Das Master nimmt hier keine ab. Wo ist Tautau? Da ist er, was? Damit ist Anne safe und Nils auch, oder? Wieso seid ihr denn schon so? Ey, was war das? Baby oder sowas gelaufen, Taube? Wer hat eine Taube geboren? Tautau hat eine Taube geboren. Jetzt war Tautau. Das ist nicht witzig, dass er immer wieder G als erstes tötet, Leute. Die kann da nix für die Übung. Kann man, könnte man geradezu Mobbing nennen, ne? Also... Und hat keine DNA, ey. Was ist denn da los? Das war die Rache. Du, Abschaum. Was? Ey, Eisley, du shopst doch, oder? Ja. Also, nein. Wir kamen schon. Das wärs Taube. Ich würde freuen, glaub ich. Hallo? Bin ich immer noch leise? Nicht mehr, also. Hallo, was ist hier los? Hat irgendein Traitor schon irgendein Tautau eine Taube? Bitte jetzt nicht mich abknallen. Ja, Tautau hat eine Taube getroppt, aber er hat sie halt richtig getroppt. Nie ist es reingegangen, ne? Nicht getroppt getroppt, sondern geworfen halt. Nie ist es reingegangen. Genau. Geworfen getroppt. Nicht schießen, Anne, bitte. Aber wenn er die Bier hat, dann muss es auch doch jemand getroffen haben, oder? Nicht. Ich trinke grad. Ich trinke! Mein Bier ist jetzt leider leer, Leute. Shit. Was? Können wir mal eben das Fas da wegmachen? Ja, mach weg. Willst du mit der Leiche machen? Weiß es nicht. Auch in dieser Episode nochmal. Tote Leute schreiben nur mit U. Ey, das ist Einbruch! Ich bin Buster, ey! Raus hier! Also wie ich das sehe, sind sie höchstens entfernt verwandt. Es sind zwei... Und halt nur so das Shotgun laden. Nein! Okay, einer ist Nephias. Wo ist er? Hinten drin. Ich will, dass meine Stadt wieder sicherer wird. Oh nein! Du bist reingelaufen. Ach da, wo Nephi also immer ist, okay. Wie du siehst mich nicht, bin ich unsichtbar für dich? Der ist gleich tot. Der hat nicht mehr viel. Er versteckt sich hinter der Kiste. Wer ist das? Und es ist Nils! Ja! Sag ich doch! Wo ist Nils? Und Nils sieht mich sofort. Nephi und Nils? Warte, ich werfe ne Brand hoch. Ist Nephi safe? Der Korn? Ich bin safe, Inno, ja. Nephi ist es auch. Die hocken beide da oben. Ja. Not even close. Ah! Boah, ich höre mal Schüsse, Alter. Nils ist tot. Nephi hat auch nicht mehr viel, Leute. Der kämmt sich da oben einzureich. Nein! Ah! Fiskata! Die Bürgerwehr hat jetzt geschlagen. Keine Chance, Leute. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Nobi hat uns gut mit Waffen versorgt. Ich hab alle Waffen hier reingebschen. Ich werd den ganzen Abend nicht einmal Trader, ne? Tja. Auf den ersten beiden Aufnahmen war ja auch nicht Trader. Doch, du warst doch schon Trader mit mir zusammen. Wann denn? Warma, aber das sieht's nicht. Warma, das sieht man nicht live, ey. Ich bin ne Wasserleiche. Wissen wir. Wie wohl? Mit deinem Charakter erst in dem Spiel, ey. Geht's, Junge? Heiß mit der Flussball. Deswegen kriegt Nils noch nur Männer. Steht denn was für ne Zusammenhang? Was? Also wegen Nils noch. Wahrscheinlich wie mein Gehaule. Nein, ich bin schon wieder da. Alter, du willst mich slam, Junge. Alter, Dalu ist es. Dalu ist es. Dalu ist es. Dalu hat mich auf 6 AP runtergemacht. Ey, ich bin... Ich bin eingesp... Alter, er hat mich mit dem Fass abgeworfen und eingesperrt. Es ist Dalu. Ich bin noch hier drin. Hier hinter der Scheibe. Glaub mir, ich bin noch da. Und Gaming will Dalu abschießen. Ja, ey, der hat mich auch geange... Ich versuch die Scheibe... Ich will ihm Luftlöcher schießen. Ja, natürlich. Luftlöcher schießen, ey. Es ist Dalu Karnloch. Dalu hat mich auf 6 AP runter. Wenn das jetzt ne INSI ist... Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, und? Oh, Dalu war die... Nein, er war Indo. Wer hat denn jetzt Nils gekillt? Mach! Dalu ist es. Dalu ist durchgekält. Ja, es ist Dalu, der ist drin. Den hat einer... Nils hat ihn aufgemacht. Dalu, Dalu, hallo. Guckt durch die Scheibe hier. Vorne im Auto. Oh fuck, ich bin ins Wasser gefallen. Hallo. Ich hab eine getötet. Ich hab eine getötet. Ich hab eine getötet. Ey, okay. Bleib mal da. Es ist Dalu, leider. Nur Verräter laufen im Garten rum. Oh, auf Boster wird geschossen. Dalu, das war... Das war schon gemeint. Das war schon gemeint. Dalu, das war schon gemeint. Das war aber nicht gut genug. Nein. Das reicht doch nicht, Dalu. Irgendjemand hat mit dem Rücken geschossen. Entweder der Boster von oben oder Juli. Dalu bist noch da drin. Okay, ich weiß nicht. Dann schneide ich Juli jetzt ab. Du musst noch mal gucken. Sag mal. Guck doch noch mal. Ich bin nicht. Es wird auf mich geschossen. Guck, guck, guck. Irgendjemand hat auch auf mich gesnipert, Liquid. Das kam von ganz hinten. Boster ist im Toten. Nein. Ihr wollt mich doch verarschen. Vielleicht sollen wir dich erlösen oder so. Nein. Juli war das. Sie hat auf mich geschossen. Nein. Voll in den Rücken, eiskalt. Ja, vielleicht aus Versehen. Guck mal nach oben und drücken. Juli, ich brauch jetzt wirklich Hilfe. Es leben nur noch zwei. Ich brauch Hilfe auch, Eisley. Wir können das schaffen. Jetzt auch rein. Hier, neben dir. Hier. Stell dich mal unter die Fässer. Hier, links. Woher weiß ich, dass du inno bist. Ja, weil doch Dalu und Juli die letzten sind. Was? Ist nicht zu 100% bestätigt. Oh, Juli war's nicht. Sie war weggesnipert. Geh da nicht hin, Eisley. Gorobei war aber Detective. Von daher habt ihr eh schon gewonnen, ey. Leider nicht. Ich kann ins Wasser springen, ey. So ne Scheiße. Beides Innos. Echt? Das ist ja krass. Wie, beide Innos? Nee, Juli hat mir wirklich schon den Rücken geschossen. Have a mad kid. Oh, das ist aber nett. Dann kann ich die Scheiße ja weg mehr. Ey, weg damit. Moment. Erstmal hier rein. Oh nein. Er fackt die Pinata aus. Das lagere ich erstmal hier, ne. So mal sicher. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ich würde wenigstens noch mal ins Defi mitnehmen. Nein. Haben wir hier keinen Hack-Mac. Hier liegen nur die Toten im Truck. So, wer ist denn hier einer von meinen Leuten? Wo liegen die denn? Mörder. Hinterm Truck jetzt. Oh nein. Das ist der Fall. Oh nein. Ich hab echt mit deinem Handel gearbeitet. Wo lag ihr Kunran und Anne? Oh mein Gott. Anne hat mich in Luft gejagt. Und er lag mitten auf dem Feld hier. Ach so, ich dachte, ich hätte aus Versehen einen mit dem Friendship getötet. Ich hab die Taube gedroppt und hab rumgegeiert. Aber Julie, du hast mir wirklich den Rücken geschossen. Ja, ja. Ich war schusslustig. Aber das war schon nicht schlecht, wie du dann nachher weggesnubberst. Und ich wurde dann hingerichtet. Ich wurde auch hingerichtet. Für ein bisschen Spaß. Du musstest ja nicht, dass ich das mitmache. Du warst der Einzige, der da eingesperrt war. Nils wollten mich einfach am Anfang random killen. Ich musste ihn erschießen. What the fuck? Du wolltest slammen. Bullshit. Ich hab dich ein bisschen geschoben. Ich hatte diesmal nicht vor, dich zu slammen. Aber du hast doch schon den Song eingestimmt. Du musst grad auf Julie und mich geschossen. Nein, diesmal nicht. Ich stimme mich sonst immer an. Oder? Ja, aber du kamst mitm Fass auf mich zu. Die Chance, ich sterbe, ist halt auch. Ach, jetzt kommen sie mit Chancen an. Jetzt hier mit logischen Rationalisierungen. Oh. Oh. Was für du das? Das war TauTau. Was für dich gemacht, ey. Dankeschön. Cool. Aber dafür hast du Credits verschenkt, ne? Ja. Ja. Aber gut, fürs Team mach ich das halt. Ja, Grants muss halt den Rest machen. Grants macht den Rest heute. Ja. Aber Eisley ist es! Der hat mir voll viel abgezogen! Dalu hat Eisley abgeknallt! Nein, das war nie! Ich hab dir exakt 110 abgezogen. Aber du hast mich auf 8er Fehrunter geschossen. Wie viel hab ich dir denn abgezogen? Achtung Brand! Weg da vom Wasser! Wer ist denn das? Junge! Ja, Achtung Brand! Und danach hab ich gerufen, weg da vom Wasser. Ja, das weiß ich. Wirklich geschossen? Der hat mir um 8er B untergekossen. Der hat versucht, ihn zu töten! Ich weiß leider nicht, wie viel Damage sie mir gemacht hat. Haha! Er wollte dich töten, Nils! Ja, danke! Wotsterino! Ey, ich bin Dingens! Ja, stand nicht da! Ich wollte gerade sagen, Wotz! Hallo! Hallo, ich bin Fischjäger hier! Leid, du bist mein Angestellter, deswegen hast du ja eine Harpune, ey! Damit du Fischjäger fangen kannst! Ey, da war eine Harpune! Äh, was? Kann ich sein! Weil ich ihn eingestellt hab, Doro! Weil du so ein schlechter Dingens warst! So ein schlechter Praktikerin! Ich bin ein schlechter, was?! Schlechter Praktikerin! Er wollte dir ganz easy den Diegelkill geben! Oh, ich muss erstmal meine Fische füttern hier! Mit Juli am besten! Vorsicht, Anne, ich muss keine Fische füllen! Der lag hier rum! Wieso hast du panzerfestes Aquariumglas? Ja, weil das mein Einkommen ist! Ach, die verschwinden dann! Warte, Nils! Bleib mal ohne Witz auf dem Dach da hinten! Auf dem letzten, ja? Ach, da können wir die Ballistik testen! Ja, genau! Ich will die von ganz hinten werfen! Ja, die Altsmaschine ist böse! Okay, du bist auf den letzten Dächern! Ich hab echt keine Ahnung, ob die überhaupt... Achtung, es kommt irgendwas! Oh, der kommt weit! Alter, der fliegt mega weit! Wo ist er hier geflogen? Ja, aber... Aber der hat so ne... Hinterm Haus, hinterm Haus, au! Hatte der einen guten Winkel? Du bist am Fallstart! Du bist hart aufgestiegen! Hinterm Haus, hinterm Haus, au! Hier, da rüber geflogen... Ja, aber... Geil, ey! Der muss wirklich so nen Lackshot machen! Aber wie gesagt, der hat nen hohen Bogen gemacht! Gibt's nämlich auch Sinn! Nils ist da gut! Er hat den Sinn! Nefi! Nefi, 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 Nefi! Easy Game! Wer sich in meinem Laden versteckt, Nefi, ich hab überall Kameras! Es sind ja nicht mehr viele am Leben jetzt! Überall! Ich hätte doch auch von oben kommen können! Ne, ich hab gesehen, wie du da reingegangen bist! Ach du Hund, ey! Hallo! Hallo! Leute, ich glaub, Anne könnte dann die andere sein! Ja, könnte! Ist es auch! Erstmal Nefi verfüttern an meine Fische! Ach, das geht nicht! Dalo ist es! Dalo hat auch eben die Harpune gern! Aber er hat Nils getötet! Hey, Telefall sieht echt cool aus! Hab ich noch nie gesehen! Kannst du jetzt nicht in den Traitor-Raum rein, Dalo? Äh, ich hatte außerdem die falsche Maus hat zuerst genommen! Wer ist denn da hinten? Krumm dran! Ich bin nur das Krumm dran, ist da hinten, ja! Liquid, du bist auch so still! Hallo! Was machen sie hier? Ich esse! Aha! Ja! Oh, da hat er dich mit dem Harp mit der Fuhne gesehen! Ja, genau! Gut, aber was war los? Na, ich hab gesehen, wie du den Friendship gemacht hattest, Nefi, und dann wieder reingegangen hast! Hotter wollte Nils da ganz locker holen, ey! Ich will locker holen, ey! Ah, okay! Ich dachte, du hättest ihn nämlich auch gemacht, weil du so geguckt hast! Du hast mit der Diegel in die Crowd geschossen, als hab ich das nicht gesehen! Ja, ich hab's da hingeschossen! Nils hatte ein HP oder so! Hättest du ihn getroffen? Ja, hätte ich ihn getroffen! Ja, eben! Genau! Hättest du ihn getroffen! Ja! Wie gesagt, typischer Hotter! Scheißlinke, ey! Passt immer wieder, ja! Und dann hat er auch ne Harpune gedrumped, ey! Die Nils dann gefressen, Alter! Die hab ich ja nicht gefressen! Oh Gott! Ich bin ja falsch eigentlich geworden! Oh Gott! Neue Stunde jetzt! Nein! Alter! Oh, da hat die Eismaschine angemacht! Party Hard! Ja, ist man jetzt da! Rance! Rance! Ja! Komm, Hanna, wir machen hier ein schönes Foto! Nilsenzen zu Tö! Nilsenzen zu Tö! Nilsenzen zu Tö! Nilsenzen zu Tö! Kann man rauszoomen? Oh! Dalu ist hier! Dalu ist hier! Boah, das war ich nicht! Das war Dalu! Das war Dalu! Wo ist er? Ja, Dalu hat auch da schon! Hapune über die ganzen Web! Hier! Die ist für euch! Da hinten, ey! Ist ja so geil, wenn jetzt einer daran stirbt! Ja! Danke für die Credits, Snapey! Gut! Ich wollte einen schönen Ausflug mit Hodder machen, ey! Und dann sagen die ich... Schön romantisch! Ja! Du hast doch auf mich geschossen! Unter dem Haus! Scheiße! Ja, 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 ja! Scheiße! Oh! Ja, ja, ja! Ihr müsst mir auch nicht in die Karten spielen! Ja, ihr könnt euch ein bisschen Mühe geben! Ist echt schlimm, ey! Oh! Oh! Jesus! Oh! Oh! Ich hab den nicht gekehlt! Das war Dalu, Mann! Was macht ihr da eigentlich? Undran ist tot! Ich bin verwehrt! Ja, Dalu ist confirmed! Danke! Ich hab noch einen Orbital Friendship Beam! Ah, wer schießt denn da auf mich? Dann schießt den mal auf Dalu, Kart! Dalu fliegt hier rum! Dalu fliegt hier rum mit dem Grapplinhawk! Dalu fliegt rum? Nein, Dalu ist tot! Der hat sich Nephias verkleidet! Also auf Nephias schießen dann! Warum ist dann seine Leiche nicht confirmed? Da oben drauf auf dem Scheiß Container, Mann! Ja, dann hol sie doch ab! Hä? Mit dem Container? Ich hab eine halbe Map geschossen! Also Fisk ist sehr suspekt! Nö, nö, nö! Fisk auf welchen Container! Wo ist meine Harpune gelandet? Ich such sie auch! Liquid im selben Zoom wie Fisk? Na, ich denke ich geh jetzt mal in Fischladen! Ne, da wo andere! Was geht's hier im Fischladen? Liquid, was hast du für eine Waffe? Nix! Deswegen was geht der Watch! Intervention! Intervention! Oder liegt das alles da unten drin? So, so! Ich hätte ich aufnehmen können, weil der Slot schon voll ist! Ich hab von Kundran den Friendship Beam gelootet! Dann schmeiß ich ihn ins Wasser, wenn du ihn nicht schießen willst! Ich hab nix! Ha! Vielleicht will ich ja noch jemanden, äh... Ja, dann behalt ihn doch! Ja, mach ich ja auch! Ich glaub es ist Tau Tau jetzt der Letzte! Ja, ja, ja! Dankeschön! Dafür, dass du... Und dann! Danke schön! Noob! Sind auch nur die Weltbesten Waffen! Das ist die typische Koros! Noobies! Ich hoffe du bist der! Noobies Weapon Truck! Fiskana! Und? Wer schießt hier rum? Ja, gut! Gut! Aber Julio und Eisley haben nicht so viel Zeit! Einer von beiden ist das ja noch! Okay, alle springen nacheinander in die Bucht! Okay, gut! Und wir fangen mit Julio und Eisley an! Wett T-Shirt Contest! Und danach ist Fisk, weil... Keine Ahnung! Und danach Tau Tau... Ich lache von mir! Keine Ahnung! Da eskalieren sie! Oh! Ich hab deine... Ich hab deine... Nicht gewonnen, Manuel! Ja, die kann... Wenn die einer einsammelt, ist sie ja weg! Die kann auch eine eingesammelt, ne? Ja, das kann auch sein! Und? Warst du enttäuscht, Kunran? Nefi war confirmed dead! Eigentlich nur, weil ich Liquid eigentlich nen Headshot gegeben hab! Der nicht umgefallen ist, warum auch immer! Ich fand's frech, dass sie einfach auf mich geschossen hat! Aber es hätte auch jeder andere das Ding auswählen können! War aber keiner in der Nähe! Das kannst du ja von der ganzen Map auswählen! Aber nein! Du hast aber immer gemacht, wenn einer in der Nähe ist! Willst du jetzt halt wirklich das Glauben an die TTT-Regeln komplett umschmeißen? Solange Nielens mitspielen, spielt eh keiner nach Reaktion! Das macht's doch wenigstens spannend! Das war ich! Oh, Nabi! Du bist ein Gubo! Wo bist du, Gubo! Werknallt hier so um? Welcher von den Bügeln ist Gubo? Der da bestimmt! Die seh's doch nicht, aber den da! Den da! Ey, Friendship! Nein! Anne! Die ist wackelnd! Der hier ist es doch, oder? Ja, ja, Anne, wo ist das? Das ist doch wieder bei ihr. Wir haben noch die ganze Tische. Es geht weiter! Ey! Ey, er hat keinen Fass mehr! Dann nehm ich jetzt einen Barhocker. Ne, warte, warte, ich hol das Fass. Ey, hier, Fisk macht nicht mit, ey! Freibietwahl, ey! Liquid! Was ist das? Sorry! Was ist denn du hingeschossen? Ey! Ich hab versucht auf ein Fass zu schießen, aber du bist dazwischen drauf. War Schlägerei! Ja, hier! Ich weiß nicht, was auch still! Oh! Werf die Hocker! Hier, ich hab einen Stuhl! Oh nein, sie haben mich entdeckt! Sie haben mich entdeckt! Lass mich raus! Mach den hier für ne Schlägerei! Ich bin schon die ganze Zeit hier, ey! Ich beobachte euch! Nils macht auch mit, Leute! Komm! Komm! Tau! 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 Wo ist er? Oben auf dem Kran! Er ist im Kran drin! Ja, im Kran! Eicely kannst du im Kran! Alle rein in den Kran! Wer hat jetzt die Eicely angemacht? Äh, wenn du einen Traitor getötet hast! Ja, Julie war's auf jeden Fall nicht, aber... Er steht vorne in der Kabine! Hinter mir schon! Nils ist es! Oh mein Gott! Ja, Nils! Wtf! Wtf! Über die Erde! Boi! Denk an TauTau! Hier! Wo? TauTau ist immer noch im Kran! Anne, kannst du... Ah, Tau ist zurück! Ich seh nur Eicely hier oben! Anne ist auf jeden Fall safe, Leute! Ich hab ihn auf Kanon gebracht! Wo? Weil ich gesehen hab, wie du auf TauTau geschossen hast! Ja, ich hätte auch einfach jetzt nichts schießen können! Nein, das machst du nicht! Oder mich abschießen, aber auch im Kran ist! Wtf! Ich bin kurz weg! Oder überall liegen Leichen? Ich hab Nils getötet! Gaming! Alle waren abgelenkt! Der andere ist dann wahrscheinlich... Anne? Fisk? Nein, Anne ist es glaube ich nicht! Fisk oder Liquid ist doch... Denk dran, ich bin Ehrenbürger in Fisk! Ich könnt's auch noch sein! Ja stimmt, Kolmar könnt's auch noch sein! Ich glaub immer noch, dass Anne ist ein Hotter, aber weiß auch warum! Weil die einfach mal sauschnell da hinten oben war und der Friendship einfach von da... Ah, nein, nein! Wer ist das? Nein! Ach, ja! Warum ist Fisk Kurt? Ich war einer der Schläger in der... Was willst du deine Gleiche? Ich will ihn an seinen Lieblingsort bringen! Rotte! Rotte? Willst du mich damit gerade... Nein, ich... Hände oder wir? Was ist mit Nephi? Ich hab doch grad TauTau konfirmt! Wie man ihn kennt, der Gobert immer das Bein... Ey! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Tut mir leid! Wer war's? Ja, Anne dann! What? Nein! Das war also Nephi, wenn er so hetzt! Oder Fisk! Bitte? Anne kann's nicht gewesen sein! Ja, was mit Kundran? Kundran steht hier, der hat nicht geschossen! Wo Gott... Vor allem ich bin vergiftet, hä? Da muss ich Fisk sein! Ich weiß! Ich war neben... Da schießt doch einer gerade! Fisk! Ja, Fisk! Schießt überhaupt nicht! Hast du was zum Heilen? Ey! Moment! Fisk ist hier bei mir! Hinter der Smoke! Ich hab dich geschossen! Das Ding ist hier sogar noch voll! Alter! Ihr habt nicht mehr viel Zeit! Derb einfach! Derb einfach! Ja! Oder wir gewinnen! Du hast geschossen! Ich hab's doch gesehen! Ich hab überhaupt nicht geschossen! Wer war's? Ja, das ist aber schon eine halbe Stunde her gewesen! Ey, wie hast du... Wo warst du, Fisk? Ich stand einfach draußen! Ach! Okay! Vor dem großen Raum! Aber wenn der Detektiv sagt, alle kann's nicht sein und dann Kunran und die anderen waren bei mir, dann konnte es nur Fisk sein, also so oder so geschossen geschehen! Also Icely kriegt aus meiner Map, da gelten meine Regeln! Die Map war hier vor dir! Vielleicht hat er sie ja gemacht! Wollte man nicht übertreiben! Aber er hat Nobby falsch geschrieben! Ne, er hat es doch richtig geschrieben! Er wollte es erst falsch schreiben, aber ich wusste! Aua! Er hat es erst falsch! Ich hab's richtig reagiert! Ey, das war ein Anschlag von... Da du Kart! Wieder mal... Bist du bescheu... Jetzt reinsitzen! Jetzt rein! Alter! Runde fängt an! Da du Kart! Ich? Ja, weil du mich wieder beschuldigt! So! Geh ich woanders hin! Ich will die Sword-Off hier haben! Was soll das? Die Sword... Warum? Ey, raus hier! Hier wohne ich! Hier wollte ich gerade aufs Klo! Ja! In die Badewanne! Shit! Wo ist in mein Haus? Was machst ihr hier? Ja! Dein Botstead, den ist woanders! Den Fischen! Anne! Anne! Bist du auf Karon oder hast du gerade gekaut? Wenn ich auf Karon bin, besiege ich mich nicht! Ja, hast du ja gerade nicht! Da wurde geschossen! Da wurde geschossen! Botter! Botter hat geschossen auf Nobby! So erstmal das Fett rüberbringen! Botter war auch gerade mit Kun dran und mir im Truck! Vorsicht Nils! Geh ichs! Da! Anne ist es! Ey jetzt kann mir keiner erzählen Gurbel! Du hast ihn doch gesehen jetzt! Ich bin hier jetzt bei ihr! Ich bin hier jetzt bei ihr! Jetzt schon wieder da geschoppt! Guck, jetzt läuft sie weg und sagt... Ey, Juli! In meinem Lager! Was machst du hier? Anne! Ich chill! Was machst du hier? Ja, ich musste... Das Fett muss rüber! Das Fett muss rüber! Na dann geh mal! Jetzt bleiben wir sie hier! In der neuen Mocking Area! Ich kann jetzt mal abschliessen! Ey! Fisk! Nicht Fisk! Das ist ne Falle! Da geht's nicht lang! Dann ist eingesperrt! Dann ist eingesperrt! Ey, Lofias! War Tau schon rein? Vorher schon hier? War Tau schon rein? Warum? Weil man sich hier importen kann! Weil man sich hier importen kann! Das ist Mobbing! Warte, ich hab ne Idee! Warte, wir bleiben einfach hier! Die ganze Runde! Warte, komm rein! Das ist mein LKW! Ey, Eisley ist mein LKW! Eisley ist es! Wer ist denn bei der Nils? Eisley! Ja, wer jetzt? Bei mir ist Tautau! Das ist Diskriminierung! Das ist Diskriminierung! Dann stelle ich mich eigentlich mit dem Rücken zu dir an! Diskriminierung! Du bist nicht safe! Doch! Halt mal still! Darf ich einmal auf dich schießen, Juli? Nein, darfst du nicht! Halt mal still! Hey, du hast aber auf mich geschossen! Ja! Juli ist schwer geschossen! Nein, ich find's lustig! Bis einer stirbt, ey! Oh! Okay, wir gehen weg! Wo ist das? Oh, auf meinen Laden! Das war Liquid wahrscheinlich! Das war genau in da! Doch, Liquid wusste, dass wir da waren! Ja, ja, ich weiß, ich steh aber hier oben auf dem Dach! Anne war's nicht! Und ich hab die ganze Zeit, Hotter stand hier grad unter mir und hab zu ihr geguckt! Also Fisk kann es sein, der kam auch unter den Häusern her! Es ist Anne, sie hat gerade eine Harpune dahinter gewohnt! Ich steh jetzt ganz kurz da, weil ich Nefi erst lange machen muss! Dann ist es Hotter, weil Anne ist da nicht! Ja, Hotter ist im Zwischen-Suspekt! Nein! Anne frei zum Abschuss da, Lumassi! Soll ich? Ja! Du bist kein Detective! Ja, aber ich bin Ehrenbürger von Fiskana! Nein! Mach die fest! Ey, Nefi was? Nefis Detective! Dessen der Bürger war der Fiskana! Nefi hat das gesagt! Das hat Nefi gesagt! Das tut mir leid! Auf Liquid, Leute! Hotter und Botster sind's! Könnt ihr sie wiederbeleben? Liquid! Ich hab Botster gekillt! Der hat nämlich eben schon auf mich geschossen! Toll! Mein, wer gibt mir meinen Kamerl? Darf ich einen echten Tracker erschießen? Novi, links von dir! Links von dir! Hinter diesen blauen, umgekippten... Du musst hier hoch! Da liegt Botster! Hattrap! Oh, hier hinten dran! Was? Links von dir! Ich kann auch weggehen! Oh! Mach da nicht einer! Innocent! Liquid ist es! Ja, dann ist es Liquid! Oh, ich hab die Fässer im Wasser genommen! Lebe, anlehn's erstmal wieder! Lass ihn noch kurz gucken, ob es jemand sieht! Wo ist einer? Wo ist Liquid jetzt? Liquid hat einen Inno getötet gerade! Ich hab auf Liquid geschossen! Also Liquid war doch oben auf dem Tunnel drauf, oder? Ja! Die ganze Zeit! Ja! Warte, warte, warte! Ich klicke! Kletter da hoch! Anne lebt wieder! Das war gut! Dann sollen wir jetzt checken! Anne hab ich wieder! Weiß wie? Ja, ich such grad Liquid! Ja, schon! Liquid! Oh, versteckt er sich? Oh nein! Ach! Ich bin mir sehr sicher, dass es Juli war! Ich bin mir sehr sicher, dass es Juli war! Ich steh hier echt nur! Ich hab immer noch da oben aus dem Scheißen! Ich hab einen Selbstringer gewissen! Äh! Juli hatte perfekt... Leute! Traitor-Tot! Traitor-Tot! Das war's! Kein Problem, Juli! Und einer ist ins Wasser gebracht! Hier! Ich pack ihn in das Haus mit dem Briefkasten! Hier! Ja, ich hab jemand... Hallo! Guter Move! Er hat keinen getroffen! Ja, Nobi habt ihr! Ich hab noch einen viel besseren Move! BAM! Alter! Ja, einer fährt noch! BAM! Zeigt euer wahres Gesicht! Liquid! Liquid! Ah ne, Liquid ist äh... Wieso ähm... Hier Nils, ähm... Weil Juli grad noch lebt! Wie kamst du grad drauf, dass Juli sein könnte? Weil... Weil ich neben der Falle stand! ...neben der Traitor-Falle stand und perfekt gesehen hat, dass da jemand drunter durchgelaufen ist. Allerdings... Schatz! Die Zeit ist relativ kurz! Ja, die wird nicht mehr verlängert! Das stimmt! Ich hab die Zeit vergessen! Man vergisst die Zeit auch immer! Ja, weil die Zeit durch den Kehl nicht verlängert wird! Ich war das andere! Ich hab dir da die Identität geklaut, als wir auf dem Schiff waren! Und dann hab ich die Harpune auch so eiskalt geworfen, dass mich jeder sieht! Ja, ich hab dich gesehen, ey! Ja, und dann... Weißt du, dann sagt der halt auch so... Oh, wir geben jetzt meinen Karma zurück! Als wäre das sonst... Letzte Runde, oder? Letzte Runde, ja! Oh, scheiße! Und dann hab ich mich hinter Anne teleportiert! Und dann war ich safe! Machen wir danach noch ne Runde Fiskana! Eine Map? Ne... Fiskana, ey! Fiskana, ey! Fiskana, ey! Ich schieße das einfach direkt auf Nobby! Egal, was ich bin! Ey, er hat's wirklich gemacht! Ein explosives Fass, ey! Uuuuuh! Wenn du die Plasma auf mich wirfst, schieße ich dir ins Gesicht! Die ist da drin jetzt! Die ist da drin jetzt! Oh! Ey, da hätte jemand sterben können! Das war wirklich... Hey! Alter! Was heißt Sorry? Er hat ne Tau... Den hab ich da! Ey! Oh, da ist einer noch voll weggefetzt! Schmeißt sie ins Wasser, die Trader Pack, ey! Ich hab gut Gaming getötet! Wo ist Dalu? Ey, 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 ey! Wer will die gleiche klauen? Ey, Dalu sollt ihr wiederbeleben! Ihr Nasen! Du willst die gleiche klauen! So! Das war ein guter! So! Und da oben! Nephi! Hallo! Das ist schon wieder so ein typischer Nephi! Ich geh rein und mach ihn, ja? Okay! Für Fiskana Bay! Ich finde langsam, dass Fisk... Ey, wo ist er? Er hat sich wegteleportiert! Ey, Fisk ist hier! Ich finde, wir sollten... Ne! Ich wurde angeschossen! Von... Von... Von Nephiach! Ich wurde random auf jeden Fall, ja! Er wurde random angeschossen! Er wurde random angeschossen! Er wurde random angeschossen! Oh! Erlaubt, Nephi! Das ist immer random! Ich hab's geschafft! Ich! Okay! Anne frei zum Abschuss! Ey, Fisk! Fisk! Ich bin dafür, dass wir den Knight von Fisk umbenennen! Ey, Moment! Ich bin D-Sichthaft aus! Boah! Ich hab das gesehen, ey! Ich hab's gesehen, ey! Ich hab's nicht geschafft! Ne, eigentlich aufs Fass, aber... Guck mal, wie Nephi hängt! Das ist ein Mahnmal für alle anderen! Kommt nicht in unsere Stadt, ey! Leute, wie euch können wir... Das ist Waller von der Nephias Brüderschaft! Vorsicht, hinter dir ist Fisk! Guru! Ja! Hinter dir! Kann grad nicht! Okay! Kann grad nicht! Ich häng Nephi auf! Oh, der flog hoch! Ey! Ey, das saß da! Da hinten! Lol! Das war ne Taube, glaub ich! Ja, das war keine Taube! Anne war das nicht! Anne kommt doch von da ganz hinten! Eisley hat ihn eiskalt abge... Ich wär froh, dass du mal wieder Taube treffen könnt, ey! War das nicht! Ich wär froh, wenn die Taube überhaupt mal losfliegen wird! Ey, Grants, wo bist du? Hier, bei Eisley! Grants, komm her! Wo bist du? Komm zu mir! Wo bist du? Hier, du hast doch Schaden gekriegt! Danke! Das geht schon mal nicht! Du hast keinen Schaden gekriegt, du! Tja, ich hab dich vielleicht auch angefangen! Was ist mit Fizz? Den kann man nicht vertrauen, ne? Oh, boah ist schon wieder! Komm, ich halt dich! Cool! Mehr nicht! Teilst du gut ein! Okay! Du bekommst nur eine Milchschnitte! Oh! Wird grad einer gestorben! Das muss reichen! Botzer, lebst du noch? Wer hat Botzer gekillt? Schick! 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 Boah! Hier im Haus hat jemand... Da war doch ein Baby, oder? Hier im Haus! Hier im Haus! Ja, geh hoch, Anne! Geh hoch! Da oben ist er drin, Anne! Ja, wieso muss ich vorgehen? Ja, dann geh ich vor! Anne, es ist... Ey! Ich war das... Ich war das, ey! Beschuldigte Anne! Ey! Alte Blindfische! Herr Granz, ich krieg dich! Gebraucht! Teleport! Ich bin zwar angeschossen, aber noch nicht tot! Na? Na? What? Aua! Hab ihn! Hast du noch nicht mehr? Oh, ich hab das VSS! Hier noch einen! So, warst du mein letzter? Julie oder Anne? Ja, hat halt Luft... Julie, Anne... Ja? Julie oder Anne? Hä? Wieso zieht ihr mich überhaupt in Erwägung? Julie? Da hättest du noch? Julie würde mit uns reden. Anne ist es. Ach ja... Sie hat bestimmt ne Anne, die weiß, und brennt hier irgendwo rum. Da! Da hinten, hallo! Ja, ich bin's aber trotzdem nicht! Ich hab doch grad mit auf Gro geschossen! Äh, nicht auf Gro! Auf... Freundschaftsversprecher... Genau! Alter, wer hängt denn da mit dem Fuß? Guck mal, wie Nefi da hängt, Leute! Ich hab euch chillen ein bisschen! Oh, Leute! Wenigstens ehrlich, ne? Bis zum nächsten... Ciao, Leute! Ciao! Ciao!